Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassins vs. Pirates. Ich bin Juli. Ich bin Charlie. Und gemeinsam sind wir Yusha. Mit dabei haben wir... Wir lieben Frouzo. Und... Enno. Von... Masata. Yay! Gut, sehr schön. Ja. Folgendes... Wir haben uns entschieden, aufzuhören. Ja, wir machen Schluss. Ja, wir machen Schluss miteinander. Ah, nee. Ah, der fuck. Ach so. Ja, dann gehe ich mal wieder rüber. Weil es doch eintönig geworden ist und keinen Spaß mehr macht und wir was anderes ausprobieren wollen. Deswegen... Nein, nein, nein. Oh, sag das doch. Die es gleichzeitig moderieren wollen und gleichzeitig irgendwie... Ja, das ist halt echt doof. Jedenfalls ist das Spiel sehr eintönig. Juli, rüber. Nein, lauf doch! Oh Gott. Es bietet halt nicht mehr so viel Material für, was nicht 30 Folgen. Nein, wir haben es halt durch, so. Töte, Simon! Hä? Ich leb noch? Ja, du hast sogar die Kugel da. Aber wir leben leider noch. Wir haben die Kugel. 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 Nein, nein, nein. Er kommt. Du Arsch. Oh, Mann. Ja, wir haben die Kugel. Oh. Oh. Zurück, Erdo. Wir haben sie nicht mehr. Wir haben sie nicht mehr. Wir haben sie wieder. Nein, nein. Ja, das ist eine leichte Verzögerung immer, bis man die verliert oder bis man die überhaupt kommt. Wir haben die Kuhn wieder. Was war das denn von mir? Lass dir die Lage. Oh Gott. Ich nehme natürlich den langen Weg. Nein. Oh doch. Nein. Oh doch. Nein. Hau ab, ihr Scheiß. Oh Alter, ich kann nicht mehr. Ja, letzte Folge, weil das Spiel dich mir so viel bietet. Das macht keinen Spaß mehr. Ja, ist halt. Ja, wir haben halt einfach noch gar nix gerissen hier. Nein. Oh, ich hatte ihn gerade. Verdammt. Wir haben die Kugel, wir haben die Kugel. Ja. Was kann ich da früher? Er ist so aus der Person gesprungen gekommen. Nein. Achso, ich bin gestorben. Ups, ich würde sagen. Wir haben wieder die Kugel. Oh, ich wusste nicht, dass ich schon da bin. Sehr schön. Ich musste mit der Bombe rufen. Natürlich. Yes. Ja. Na ja, wir haben uns gut gehalten. Gut, dass ich so viele Kills geholt habe. Oh, Treasure-Hand. Wundervoll. Na ja, okay, da haben wir schon verloren, bevor wir angefangen haben. Ja, ist das nicht voll... Alter! Äh, wieso komme ich nicht zurück? Hä, ich hänge. Ich bin ja nicht tot. Ich hänge einfach nur. Kann mich mal wer töten? Wo? Dankeschön. Ach, da warst du okay. Ja, ich dachte, ich wäre gestorben. Das sah so aus, oder? Ja. Achso, ja. Jedenfalls bin ich nicht gestorben. Nein. Ist doch egal. Wie die mir abgewartet hat. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Warum traust du mich vorlangt? Weil er mir aufgelauert hat einfach. Und du da einfach standest und nichts getan hast. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Sehr schön. Achte doch mal auf deine Mitspieler. Wie kann man die nicht sehen? Nein. Oh Mann. Die Wahrheit ist, dass ich ihn im Spiel einfach eigentlich nicht mal gut bin und deswegen habe ich es lieber erredet, dass sie aufhören. Ja, nee. Die letzte Aufnahme hat es noch mal ganz deutlich gezeigt. Ähm. Ich kann es einfach nicht mehr. What? Fuck it. Ach, was ist los? Ich erinnere, habe ich nicht geübt. Die sieben Stunden war eine Lüge. Ich habe mich auf Offline gestellt, dann zählt er nicht. Oh, ja. Obwohl? Warte ich doch, dann zählt er nicht. Oh, oh. Oh. Oh, äh. Oh. Nein. Oh, haben die mich doch gekriegt. Mann. Da wird er wieder, da werden die hier wieder. Nein. Mann, no. Ja, glaub ich doch selber nicht. Oh, schade, 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 ey. Ja, neu. Wollte er mich einfach mal mit so einer Bombe töten. Oh, was ist denn jetzt los, ey? Das gibt's doch nicht. Mitleid. Nein. Oh Mann. Da hat er extra nur gewartet, ja. War so beleidigt, weil ich ihn gleich zweimal in Kommen bin. Oh, da kommen die auf einmal. Oh, cool. Doppelkill. Nice. Nö, mich hat sie nicht getötet. Ich hatte trotzdem Doppelkill. Da waren die Tode, halt nicht genug nacheinander. Mann, nur schade ihn. Hötte ihn. Vernichte ihn. Du musst ihn vernichten. Keine Angst vor. Ich hab's nicht geschafft. Nice. Genau unser Spielstyle. Oh Mann. Oh Gott. Ich hasse das. Einmal zu weit gesprungen und schon muss er ganz unten anfangen. Ja. Sehr schön. Alter, was ist los? Also ihr Versagen hat sie nicht. Wir waren am Anfang mal echt besser, muss ich sagen. Am Anfang gespielt. Jetzt sind wir einfach nur noch scheiße. Ja, läuft. Ja. Ach, dich hat's auch gleich weggenagelt. Das ist sehr schön. Nein. Oh Mann. Nö. Oh, da kommt er natürlich wieder mit seinem, mit seinem, uh, mit seinem Geiz, weißt du. Das hat euch das Leben gekostet. So sieht's aus. Achso, ja, ich hab gegessen jemanden. Nein. Oh Mann. Geht doch mal weg. Wo ist, äh, Eno? Juli? Ah, verdammt. Egal, ich hab gewonnen. Den ersten Kaff habe ich schon mal gewonnen. Oh, ich schnapp dir ruhig da oben. Die Münzen ist okay. Ich tanz ja in der Runde mit Frozo. Ich hab Münzen hoch. Oh, straff doch jetzt endlich, Mensch. Kann nicht mehr. Oh, ich kann nicht mehr. Das war echt anstrengend. Das ging richtig auf die Fall. Ja, geht sie ab, geht sie ab. Die Münze, sehr schön. Oh Mann. Ich hab immerhin zwölf geschafft. Deathmatch? Ja. Gut, dann haben wir alles einmal durch. Das ist unser. Wer glaubt, er kann nicht mit seinem Haken eng. Geh von meinem Turm weg. Ja, den kann man ja auch nicht angreifen. What? 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 Die Münze sind am Hacking, ey? Ja, natürlich. Hey, überhaupt nicht. Ja. Hey, Frozo, ich hab einen Kill. Ich hab einen Kill. Ich hab einen Kill. Scheiße. 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 Oh, da war ich schon wieder da. Alter, Frozo. Sie hat mich nicht im Zweikampf nicht töten kann, sondern einfach die Bombe nehmen muss. Na, du Arsch. Ich hab dich trotzdem mit tot gemacht. Nein, das war ich. Nein, nein. Das kann man oben sehen. Ja, da waren ich und Enno. Nein. Doch. Ja, du warst bei den Toten. Das ist okay. Hey, ich hab sechs Kill, du zwei. Ich hab fünf. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein. Nein. Sehr schön. Männer, wir sind das gerade im Verlieren. Das ist ja klar. Ja, klar. Pass auf Kill. Ey, Mensch, Judi, hör mal auf, hier rumzuschließen. Das macht Spaß. Ja, genau. Hör mal auf, Mann. Die brauchen noch einen verdammten Kill, ey. Nein, verdammt. Frozo ist voll so ein Opfer eifer. Frozo, 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 ich würd's gern mit dir abschließen. Ja. Nein. Oh, Charlie. Nein, es war ein. Also Kill wäre echt gut. Wie aggressiv sind wir? Ach, nö, nicht E-Math. Oh, ja. Scheiße. Was ist das? Deathmatch, oder? Deathmatch? Death. Wie aggressiv sind wir? Weißt du noch am Anfang, wo sie mich immer rausgepickt haben? Ja. 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 Und Frozo geht immer noch gerne baden. Ich hasse diese Web. Ich hasse sie. Das hast du ja nie freiwillig gemacht, ne? Das ist eine Strategie. Fuck it, da hab ich ganz kurz aufgenommen. Das geht voll aufs Handgelenk, mal auf dem Arm. Das ist voll schlimm. Fuck it. Äh, spring drüber. Fuck it. Ich kann nicht mehr. Meine Kondition ist echt schlecht. Nein. Boah. Oh, okay, gut. Konnte ich nicht mehr. Ich weh. Sehr schön. Du Arsch. Lalalala. 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 Hallo, was ist los mit euch? Jetzt fragen wir mal richtig was zu spielen. Doch, doch, Charlie, die steht auch da. Ja, ja. Das ist einfach nur mein Bildschirm. Das ist einfach nur mein Bildschirm. Charlie dachte, er ist ins Wasser gefallen. Oh. Stopp. Oh, oh, ja. Oh, 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 ja. Noin. Haha, nice. Warum? Ich kann nicht mehr. Ich wünsche, dass im Wasser fallen so einen Minuspunkt gibt. Für das Mensch. Jetzt für uns doch auch. Ja, aber wie fände ich an, weil sie braucht im Wasser wie die. Ja gut. Ich bin nicht einmal im Wasser gefreut. Ich bin diese Runde sogar schon zu weit. Ich bin auch einfach etwas Wasser. Ich bin auch einfach etwas Wasser. Zusammen haben in der Luft noch gekämpft. Schade. Oh. Ja. Äh, wer hier ist, einfach scheiße. Doppelmord und Suizid. Ja. Da sieht die es. Oh. Hä? Wir hatten nur fünf? Ja. Ja. Scheiße. Oh nein. Die ganzen Tote waren eigentlich, weil wir ins Wasser gefallen sind. Nein. Die zählen ja nicht für uns. Ja, er meint die, die sie hatten. Oh, ich hinge. Ich hasse das. Das ist ein bisschen scheiße, dass man ständig irgendwo festhängen kann. Geh weg. Du willst mich verarschen? Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach 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 nicht. Oh, cool. Oh, verdammt. Oh Mann, oh. Ich hätte hinterher springen können. Oh. Ah. Juri, Juri, Enno hat noch eine. Das ist ein bisschen mitgelaufen. Ich möchte aber auch mal sammeln. Mach sie weg, mach sie weg. Achso. Schade, das war so geschnappt daneben. Ah, Mann. Hat er auch grad schon Sorge gehabt. Wegen der Bombe? Ja. Ich war grad so dabei beschäftigt euch zuzugucken. Ich hab dich nicht mal gesehen. Ich hab dich schon wieder nicht gesehen. Ich bin jetzt der Assassinenpirat ey. Oh, scheiße, wie sie sprang das sind. Ja, ja. Edward Kenway. Ah, verdammt. Ich war schon wieder in der Kanone drin. Oh, das war Zufall, dass Frozo mich nicht gekillt hat. Hallo, nein. Oh, nee, Frozo. Naja, ich hab ihn erwischt, aber die Münze hab ich nicht mehr gekriegt. Haha. Mäh. Ich hab dich in meinem Rauch gekillt. Ich hab dich in meinem Rauch gekillt. Nein. Oh, von beiden Seiten hier, kleinen. Penetranten, nervigen. Okay. Yes. Oh, nein. Du kennst den Hörsen von Eggie auch noch. Ich war nicht. Aber was ist bloß los? Nein. Danke dir. Oh, scheiße, das war die falsche. Voll. Jetzt stehe ich in meinem Rauch. Oh. Alles nur wegen meinem Rauch, ich bin mir sicher. Ich wusste gar nicht, dass du da drin stehst. Doch, doch, ich stand drin. What? Ich hatte doch nicht gedacht, dass ich das nicht mitbekomme. Ah, ich hätte doch... Ja, ich hätte drüber gehen können. Essen. Nein. 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 What? Ich war doch schon am Rauchsspring, Mann. Nein, Edo. Ich wusste es. Geh einfach mal mit. Geh dann in unsere Base und dann sterbe ich. Ich auch. Sehr schön. Aber wir sind ja unsere Base, das heißt, wir schaffen es trotzdem nicht rechtzeitig zu spawnen. Oh, scheiße. Charlie, 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 Charlie. Ja. Du musst sie alle beide töten. Ja, klar. Das kann ich nur in Deathmatch. Ja, läuft. Ja, läuft. Ja, läuft, Edo, läuft. So, ich habe zumindest eine gekriegt davon. Nein. Oh, Fluse, ey. Mann. Nein. Edo. Ja. 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 Oh. Oh. Nein. Oh Mann, den habe ich nicht gesehen. Aber der ist sowieso so gehetisch. Ich dachte, ich bin zu klingeln. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und weg. Ne, ey, du war das Scheiße. Ich will euch auch durcheinander bringen. Ups. Oh Mann. Oh Mann. Wieso kippt ihr mich denn noch? Weil er will. Weil er will. Oh, 15, 15. Alter, krass. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir so gut im Ausgleich sind. Einfach. Ey, Eno, jetzt müssten wir vorsichtig sein, ey. Was für uns. Ups. Oh. Wir haben uns gekült. Sind wir gut. Nicht was. Hä, von wo? Du warst doch gar nicht da. Oh, da. Nani. Ist okay. Ich habe Eno gesagt. Sehr schön. Ja, wir haben eine Münze mehr als wir. Nein. Eno, du Arsch. Wir haben schon wieder ausgeglichen. Dann seid ihr langweilig. Könnt uns aber auch gar nichts. In der letzten Runde. Eno, du Arsch. Kannst du aber auch um mich wegzuschubsen? Dann habe ich keinen Bock drauf. Oh, nein. Nein, Eno, du Arsch. Nein. Nein. Ich habe doch gedrückt. Eno, du Arsch. Ich sehe deine fucking Womme. Eine Münze noch. Eine Münze noch. Ja. Ja, schau dich. Knapp sie dir. Nein. 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 Ja. Nein. Oh, das war so fucking knapp. Schade. Nein, gut. Oh, nein. Wieso musst du sterben? Schade. Oh, ey. Das war's denn. So, dann lassen wir uns mal die Revue passieren lassen, wie man das noch in dem Spiel so tut. No. Schade. Also, wie fandet ihr's? Es ist ein gutes Partyspiel. Ja. So Just for Fun für Zwischendorgen ist es definitiv geil. Es ist ja auch ein billiges Spiel. Ich glaube, man ist zu 8 spielen. Wenn man es zu 8 spielen, ist da gleich viel mehr los. Ja. Ja, das stimmt natürlich. Das wäre dann gleich viel härter. Ja. Siehst du, vielleicht ist es dann auch einfacher. Glaube ich nicht. Kann es auch unsichtbar werden. Ich glaub denn, dieses Münzen einsammeln dauert zu lange, weil vier auf einmal auf dich losrennen können. Ich finde, das Münzen einsammeln dauert so schon teilweise zu lange. Ja, es gibt dann aber auch vier, die die Münzen holen können. Richtig. Ja. Na ja, gut. Aber der letzte war episch, wo ich noch schön über dich bin. Ja, ist in Ordnung. Niemand redet von dir. Niemand redet von dir. Niemand redet von dir. Macht ihr mal auf mit dem Hintergrund weiter zu spielen. Was ist los mit euch? Ja, ja. Okay, jedenfalls war es das dann mit Assassin's vs. Pirates. Wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Wir haben sogar schon was im Plan. Könnt ihr mal aufhören. Wir haben sogar schon was in Planungen. Und bis dahin macht es gut. Schaut gerne auf dem Kanal der anderen Leute vorbei. Gut, schaut nur bei uns. Ist mir egal. Schaut nur meine Let's Plays. Ich bin ja die Einzigen hier, das für den schlaut. Ich hasse euch alle. Bis dahin, t. Ihr seid nicht mit drauf. Spaß? Ich habe jetzt Rage quit, Mann. Politiv, Büro, reichn省 exempelvisppel